So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 2. Was, bravens Mädchen? So, sorry, ich bin gerade so leicht genervt. Oh, es wirkt gut. Oh, nice. Oh, speck. Okay, nichts. Komm, 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 komm! Gib das! Oh, oh. Oh! Heilige Scheiße, Leute. Das ist aber... krass hier. Ich darf den nicht mehr so nah an mich ranlassen. Das hier ist wahrscheinlich gar nicht mal blöd. Oder ich zerstöre die Panzerung hiermit. Wir müssen sehen. Wir müssen am besten aber zurechtkommen. Voll im Ziel. Kampfdrohne unterwegs. Ich würde wahrscheinlich am besten einfach... ...auf ihn. Das hat nicht funktioniert. Okay, das bringt auch nicht viel. Okay, das bringt auch nicht viel. Krasser Gegner auf jeden Fall. Krasser Gegner auf jeden Fall. Wir müssen was anderes versuchen. Ah, Jack-Obs! Ah! Sind das auch Idioten hier, du? Erzhaft! Das ist passt. Wir müssen zuerst den Anwar mitmacht... Die Jungen. Das ist etwas unheimlich. Wir müssen uns schnapp. Nein! Ich will es nicht leben. Ich will es nicht... Wir müssen. Wir müssen uns hierher anwenden E. Wir müssen das ist. Gott sei Dank. Nein. Ich hoffe, es kommt nicht noch so ein krasser Gegner. Aber es kommen auf jeden Fall noch welche. Ich hoffe, es kommt 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 noch welche. Warum macht sie es nicht? Ich hoffe, es kommt noch welche. 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 Ich werde mich persönlich darum kümmern. Ich hoffe, es kommt noch welche. Was ist das? Gut, dass er da hinten Einfach nur steht gerade Ich weiß nicht, ob es so sein soll Aber vermutlich nicht Okay, er kriegt gar nichts ab Oh Gott, ey Anstrengend hier Ich habe auch langsam keine Muni mehr So, komm Jetzt ist bitte Ruhe Hier runter? Da hoch? Ah! Ist doch nicht euer Ernst Mann! Nein, ich krepiere jetzt nicht an so einem blöden Vieh. Jetzt tappt er schon wieder raus. Was ist das hier heute? Entschuldigung. Ich weiß nicht, warum er das macht. Wann ist der mal gut hier? Guckt euch das mal an. Ach so, Schuss. Scheiße! Ich habe im Messeffekt glaube ich noch nie als so extrem anstrengend empfunden. Ich muss mal nicht speichern. Ich hätte einfach runterspringen können, oder? Toll. Oh, lauf, bitte! Einschneiden, Leute! Diesmal muss sich der Feind richtig anstrengen. Ich kann dem Kerl nicht endlos ausweichen, Edi. Bringen Sie uns hier weg! Na bitte, Zielangabe. Mr. Moreau. Ganz egal, nur weg von mir! In Ordnung. Aktiviere Massen-Effekt-Kern. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020